Das Schloss kam nämlich früh in die Hände von Rittern, die man die Teutschen nannte. Und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den Komtura. Einer der wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein aus dem Schwabenlande. Und unter ihm soll es sich zugetragen haben. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Bärhegenhubler ein großes Schloss zu bauen. Und die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebotenen Werk, nicht nach dem Heuet und nicht nach der Ernte, nicht nach dem Seet. Zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein. Warnherzigkeit kannte er keine. Die Bedürfnis armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen. Und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche. Und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Und endlich war das Schloss fertig. Die Bauern waren froh, dass es einmal stand. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen. Und darum fassten sie Mut und kräftig den Pflug und trösteten weiten Kind, die schweren Hunger gelitten und denen Armein eine neue Pränschie. Aber kaum hatten sie den Pflug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schloss zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Der Kontur Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Endlich wurden sie den Rittersall entboten. Vor ihnen öffnete sich die schwere Tür. Drinnen saßen um den schweren Eichentisch die schwarzbraunen Ritter, wilde Hunde zu ihren Füßen. Und oben an der von Stoffeln ein wilder, mächtiger Mann, der einen Kopf hatte wie ein Doppeltbärenmäß. Augen machte wie Pflugsräder und einen Bart hatte wie eine alte Löwenmähne. Den Bauern ward nicht gut zumute. Da erhob der von Stoffeln seine Stimme und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche. Mein Schloss ist fertig, doch noch eines fehlt. Der Sommer krämmt und oben ist kein Schattengang. In Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen. Sollt hundert ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Mülleberg mit Ästen und Wurzeln. Und sollt sie mir Pflanzen auf Bär hegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen... Der Romtua Der Romtua Der Romtua Warnherzigkeit kannte er keine. Der Romtua Der Romtua Der Romtua Warnherzigkeit kannte er keine. Als von Trunk und Imbiss einer hörte, meinte er, der Ritter sei gnädig und gut gelaunt und begann zu reden von ihrer notwendigen Arbeit und dem Hunger von Weib und Kind und vom Winter, wo die Sache besser zu machen wäre. Da begann der Zorn des Ritters, Kopf größer und größer zu schwellen und seine Stimme brach los wie der Donner aus einer Fluh und er sagte ihnen Wenn ich gnädig bin, so seid ihr übermütig. Wenn im Polenlande einer das nackte Leben hat, so küsst er einem die Füße. Ihr aber habt Kind und Trind, Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch, so wahr ich ganz von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die 100 Kuchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Fährlang mehr ganz an euch ist. Und Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor. Der Kontur Der Kontur Mannherzigkeit kannte er keine Der Kontur Der Kontur Der Kontur Mannherzigkeit kannte er keine Musik 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 Warmherzigkeit kannte er keine. Untertitelung des ZDF, 2020